Es ist ziemlich schwer, eine Leiche loszuwerden. Zumal, wenn sie gar nicht tot ist. Ich habe nämlich zum Glück keine kugelsichere Weste. Jetzt verhalten wir uns mal nett auf meine Art. So sage ich gar nichts. Für Geld, was? Wer will es halt nicht? Geh weg! Schlechte Manieren, die läuft, die man einfach umzubringen. Aber manchmal sind meine Manieren auch nicht die besten. Ich werde dir ein hübsches gelbes Lärmchen, grün und blau schlagen. Wer will es halt nicht? Wer? Der Chef. Wer ist der Chef? Er ist hinter dir. Er ist hinter dir. Osterf aus? Wer ist der Chef? Wer ?